heute gibt es ein video was weniger erfreulich ist ich weiß nicht wem es aufgefallen ist aber das hier oben ist nicht mein account das ist der account meines sohnes und es kommt ganz einfach daher dass mein account geklaut wurde ich habe ticket bei come to us und alles eröffnet habe den sämtliche daten die ich hatte zugeschickt da der account vor dem klau auf der gleichen e mail adresse lief wie mein youtube kanal ging ich eigentlich davon aus dass ich den auf jeden fall zurück erhalten werde nach circa acht wochiger prüfung und diversen nachreichen von daten meinerseits kam als antwort es konnte nicht ein ingame kauf festgestellt werden folglich kann auch nicht gewährleistet werden dass ich der rechtmäßige besitzer des accounts werke heißt der account der mir abhanden gekommen ist bleibt abhanden einfach deswegen weil come to us und ich kann das aus firmensicht nachvollziehen wenn keine ingame teufel getätigt werden da auch keine größere zeit investieren ich habe jetzt keine ahnung was im detail mit meinem account passiert ist ich weiß nur dass die e mail adresse auf die geändert wurde schon wieder geändert wurde folglich gehe ich davon aus dass der account direkt weiterverkauft wurde und dass der neue besitzer jetzt in game teufel getätigt hat und dass deswegen come to us daran auch kein interesse hat für jemanden der noch nie irgendeinen cent investiert hat jetzt zeit zu investieren und dann getätigte in game käufe eventuell wieder rückgängig zu machen so warum mache ich das video hier ich mache das hier einfach dass ihr wisst dass wenn euch in game oder per discord oder auch sonst irgendeinem weg irgendeiner anschreibt der euch den discord namen rovi also rovi mitteilt dass dessen gauner ist der hat mir mein account geklaut und wenn irgendjemand bei einem rovi accounts kauft kann er davon ausgehen dass die accounts gehackt geklaut entwendet wurden und ich möchte jetzt nicht dass da noch mehr auf die masche reinfallen und eventuell habt ihr ein ähnliches problem oder steht kurz davor irgendwem eure account daten mitzuteilen weil er den account kaufen möchte oder weil er euch in irgendein youtube video einbauen möchte weil ihr irgendein tolles monster habt was von seinen freunden keiner hat oder was dem auch immer einfällt den kontakt rovi im discord bitte einfach bannen und wenn er den in game seht der schreibt hier im chat immer ganz oft also ich sehe jetzt hier gerade nichts aber ich habe schon öfter gesehen unter diversen namen möchte account kaufen zahle bis zu 3000 dollar oder was auch immer oder möchte dieses und dieses monster in youtube channel und youtube video einbauen und er schreibt dann immer please contact me at discord mit dem namen rovi also dem bitte nichts glauben und dem nicht helfen sich weiterhin zu bereichern ja soviel dazu so ich bin gerade auf der suche nach einem neuen account ich bin mir sicher dass ich da einen passenden finden werde ich habe jetzt zum beispiel von meinem neffen einen der den kaum spielt kann also gut sein dass ich dann in zukunft auch wieder youtube videos machen werde das ist jetzt der account von meinem sohn der ist jetzt nicht so mega stark dass ich da youtube videos lohnen würden was aber auch hier ganz gut zu zeigen ist und das möchte ich noch mal kurz jedem zeigen weil ich nicht glaube dass das jeder mitbekommen hat die glory points die euch in der arena hart verdient bitte nicht für rollen ausgeben klar den devil man sollte man sich immer kaufen einfach weil das ein skill up ist aber was meiner meinung nach noch wichtiger ist sind die gebäude und zwar nicht hier die vorne die mana und energie geben sondern die gebäude hier hinten einfach weil es hier speed gibt weil es kritischen schaden gibt weil es hp gibt weil es death gibt und alles andere und die gebäude die ihr euch hier kauft die zählen wie gesagt für jeglichen content die zählen für das szenario die zählen für kairos dungeon die zählen für arena die zählen für alles also wenn ihr einen 14 prozent speed buff erhaltet dann bringt euch der sicherlich mehr als hier vorne was weiß ich müsste es gegen rechnen 60 70 mystische rollen gekauft zu haben wo er dann mit viel glück vielleicht zwei drei monster zieht die er braucht die aber ohnehin nicht ruhen könnt weil man ja heutzutage viel zu viele starke monster bekommt und viel zu wenig gute wohnen deswegen holt euch die gebäude die bringt euch viel viel weiter voran fallt nicht auf rovi oder sonst irgendwen ein der euch euren account abkaufen möchte oder euch über youtube berühmt machen möchte oder wie auch immer das sind leider gauner und wir machen das denen leider viel zu einfach dadurch ein geschäft zu etablieren wovon die vermutlich sogar leben können also viel spaß beim zocken ich möchte nichts gegen come to us sagen ich kann das als firmenpolitik voll und ganz verstehen da waren kunde der nie was bezahlt hat der zwar mega viel zeit investiert hat aber der nichts bezahlt hat warum sollten sie für den massiv zeit investieren in diesem sinne viel spaß beim zocken bleibt gesund und bis demnächst vielleicht dann wieder von neuem account